Bei euch zu Gast sein zu dürfen. So ist das nämlich. Und das ist noch lange nicht alles. Denn wer J-Count im Fernsehen anschauen möchte, heute Abend kam der Nebel, ZDF, 20.15 Uhr. Nur für euch. Und am kommenden Sonntag ist er bei der Frühlingsshow, auch im ZDF, Andrea Kiebel zu sehen. Heute aber erstmal hier. Und wir haben zufällig im Weislauf einen neuen ZDF. Der Großstadt ist jetzt nicht eingeladen, eine zu kaufen. Kostet heute nur 12 Euro. Und wem das zu teuer ist, der bekommt noch ein kostenloses Poster und wird von 1000 Euro dazu. Das heißt, heute kann man nur Geld sparen. Ja, das alles hier heute, live und in Farbe. Nur für euch im City Carré in Magdeburg. Und der J, der ist schon auf dem Weg hier zur Bühne. Es geht jeden Moment los. Ich darf euch gleich viel Spaß wünschen hier mit Großstadtfreunde. Dankeschön. Ich sag dir Dankeschön, viel Spaß. Wenn er gleich kommt und es gibt so wenig Applaus, dann geht er gleich wieder nach oben. Das weiß ich. Aber ihr macht das schon. Es ist schon ein schlechter Schirm, bis wir nachher richtig aufpassen. Das ist schon ein schlechter Schirm. Aber ihr habt eine kleine Schirm. Das ist schon ein schlechter Schirm. Aber ihr habt, wenn ihr habt, das ist ja eine gute Mission. Das ist ja eine gute Challenge. Aber ihr habt das schon ein schlechter Schirm. Ihr bleibt mir so lange, wo du es weißt Warum, warum ist das passiert? Warum hab ich das jetzt kapiert? Warum, warum fühl ich mich hier so frei? Was ist das für mich? Das Karussellers bringt sich immer weiter Ich will nicht runter, ich will nur weiter Ich hab keine Worte um dich, nur mich heulen Alles dreht sich weiter, denn alles, alles dreht sich um mich Wir drehen uns um, ganz allein Die Welt wird uns verlaut und schwebt so klein Ich treffe mir noch, ich meine Freude und deinen Schub Wir lassen immer mehr die Liebe los Warum, warum, warum ist das passiert? Warum hab ich das kapiert? Warum, warum, warum fühl ich mich hier so frei? Wach es noch nie Oh, 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 oh. Ihr seid ja super! Nicht schlecht! Wir sind die Kurschenfreunde! Alles wird, alles wird, alles wird, alles wird, alle Leute, alles wird, alles wird, nur vor dich. Wie hoch bleibt die Zeit für immer stehen, da oben wird die Welt sich weiter drehen. Wie hoch bleibt die Zeit für immer stehen, da oben wird die Zeit für immer stehen, da oben wird die Zeit für immer stehen. Wie hoch bleibt die Zeit für immer stehen, da oben wird 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 die Zeit für immer stehen, da oben wird, alles 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 dreht, alles dreht sich nur um. Und wir sind ganz schön rumgekommen und waren auch ganz schön erfolgreich. Und wir hatten wirklich eine ganz große gravierende Konkurrenz. Ansonsten konnte uns echt keiner nach dem Wasser rechnen. Aber eine Band, die war uns immer ein Dorn im Auge und die kam aus Magdeburg. Das war ein Tokio Hotel. Aber jetzt bin ich umso glücklicher und positiv darüber erfreut, so nette Gesichter, teilweise auch bekannte Gesichter hier wieder zu sehen. Deswegen euch allen einen großen Applaus, dass ihr hergekommen seid. Ich finde es schön, dass ihr hier seid. Dankeschön. Wir sind die Großstadtfreunde, zumindest ein bescheidener Teil der Gruppe. Für den Rest hat die Bühne nicht gereicht. Wir haben unser Debütalbum seit Freitag auf dem Markt. Wir sind hier, heißt es. Und das haben wir auch hier am Start. Und daraus performen wir jetzt ein paar Songs für euch. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Jetzt für euch Schloss. Viel Spaß! Hey! Immer wieder, wenn du einsam bist. Und immer wieder, wenn du dich ein wenig verwirrst. Immer wieder, wenn du einsam bist. Immer wieder, wenn du einsam bist. Und immer wieder, wenn du einsam bist. Und immer wieder, wenn du einsam bist. Der zu dir steht. Komm und lass dich noch verfallen. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Komm wir laufen dicht auf gute Zeit. Es ist nicht weit. Warum siehst du dich jetzt hin? Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dann wird die Hunde nicht weitergehen. Und wir werden den Räumen uns abandamenten abort. Und wir werden uns abandamenten anbringen. Und ich sehme ein wieder auf. Ich weiß nicht, dass ich in der Zeit einen Sinn abiert und mich für heute. Ich weiß nicht, dass ich in der Zeit einen Sinn beschränkt. Und wir werden uns abandamenten anbringen. Und wir werden uns abandamenten anbringen. Hey, vielen, vielen Dank.